Willkommen zu neuen Abenteuern im Phantasios Studio, eurem Bemalservice aus Wiesbaden und willkommen zu einem Infovideo. Das Ganze heute mal im Stil eines Nachrichtensprechers. Das heißt, ich werde einfach nur hier sitzen und euch ein bisschen was erzählen. Es geht um das Thema Bemalworkshops. Bemalworkshops hier bei uns im Studio. Ich wollte schon immer mal so ein allgemeines, kleines, kurzes, langes Infovideo machen, in dem ich so ein bisschen was über unsere Bemalworkshops erzähle, die verschiedenen Kurse, die wir anbieten, so dass man, wenn man Interesse hat, sich das alles mal so nebenher anhören kann. Vorab, die ganzen Informationen, die ich euch jetzt erzähle, sind auch auf unserer Webseite vorhanden, www.phantasios-studio.de, da unter dem Menüpunkt Workshops. Und da gibt es dann noch zusätzlich eine PDF, die ihr euch herunterladen könnt. Und im Grunde, da stehen auch noch mal alle Informationen, sind auch noch mal vorhanden aufgelistet. Das heißt, das, was ich euch erzähle, ist eigentlich nichts Neues, wenn ihr die PDF oder die Webseite euch angesehen habt. Nichtsdestotrotz, manche haben es ja lieber als YouTube-Video oder einfach zum Hören nebenher, während sie was anderes machen. Und so möchte ich euch einfach ein bisschen über unsere Bemalworkshops informieren. Okay, ja, Bemalworkshops, seit 2017 veranstalten wir hier im Studio diese Workshops. Wir haben uns schon von Anfang an für zwei Konzepte entschieden. Das heißt, ihr könnt euch zwischen zwei verschiedenen Arten von Bemalworkshops anmelden, interessieren. Es gibt die Bemalworkshops, die Tageskurse in Gruppen, in Kleingruppen. Da sind wir in der Regel zwischen 10 bis 20 Personen. Aufgrund, muss man ja mittlerweile sagen, der aktuellen Situation, Stichwort Corona, kann es natürlich aktuell immer sein, zum Zeitpunkt dieses Videos. Wer weiß, in ein paar Jahren spielt es vielleicht alles keine Rolle mehr oder alles wird noch schlimmer. Kann es natürlich sein, dass die Anzahl der Personen da, hier und da immer mal wieder entsprechend der aktuellen gesetzlichen Regelungen, entsprechend dem Infektionsgeschehen ein bisschen variiert. Aber egal. Gruppenkurse, Tageskurse, 10 bis 20 Personen. Dann gibt es noch die Möglichkeit der sogenannten Einzelkurse. Das heißt, ein Teilnehmer beziehungsweise Duo-Kurse, zwei Teilnehmer maximal, können einen halben oder einen ganzen Tag lang bei einem unserer Künstler einen Privatworkshop nehmen. Das heißt, die Gruppenkurse, wo in der Regel ein bis zwei Künstler eine gesamte Gruppe von Interessierten einen ganzen Tag lang betreuen oder eben die Einzelkurse. Das sind diese zwei Dinger, die wir haben und das dröseln wir jetzt nochmal so ein bisschen auf. Unsere Gruppenkurse, und das ist eigentlich das, wofür sich die meisten interessieren, unsere Tageskurse, die finden immer hier bei uns im Studio statt. Wir haben hier einen Schulungsraum und gehen einen ganzen Tag. Beginnt meistens so gegen 10 und geht dann bis abends 18, 20 Uhr. Pausenzeiten werden immer so individuell vereinbart, je nachdem, wie die Gruppendynamik ist. Das sieht man dann einfach. Wie gesagt, je nach Anzahl der Teilnehmer haben wir dann da immer ein bis zwei Künstler, die euch da betreuen. Und ihr werdet da einen ganzen Tag lang entsprechend dem Kurs, für den ihr euch angemeldet habt, werdet ihr dann von unseren Künstlern betreut. Wir bieten im Kern zwei verschiedene Arten von Kursen an. Zum einen den Einsteiger-Bemal-Workshop und den fortgeschrittenen Bemal-Workshop. Und dann haben wir in diesem Jahr, in dem dieses Video aufgenommen wird, aber hoffentlich auch in den darauffolgenden Jahren, sogenannte Intensivkurse. Ich will euch im Einzelnen erstmal kurz sagen, was der Einsteiger, was der Fortgeschritten ist und dann gehen wir zu den nächsten Sachen. Der Einsteiger-Bemal-Workshop. Das ist so dieses, das Grundgerüst. Das ist auch der Workshop, den man durchaus, ja, vielleicht sogar ein zweites Mal machen kann. Aber der Einsteiger-Bemal-Workshop, der geht davon aus, dass ihr, naja, entweder noch nie Miniaturen bemalt habt und das jetzt mal lernen und anwenden wollt. Oder ihr habt schon ein bisschen Miniaturen bemalt, wollt aber abgleichen, ob das, was ihr bisher so im Eigenstudium gelernt habt, ob das denn auch richtig ist. Und ich sage immer sehr, sehr, sehr vielen Kunden, die hier anfragen, ob sie zum Einsteiger- oder zum fortgeschrittenen Workshop gehen sollen, denen sage ich immer, okay, schickt mir mal ein paar Bilder, dann schauen wir uns die Bilder von euren bisherigen Modellen an, um euch einen Tipp zu geben, in welchen Kurs ihr am besten passt. Also das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich sage immer, den meisten Interessierten lege ich dann doch lieber den Einsteiger-Bemal-Workshop nochmal ins Herz und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Da wird die Basis, da wird das Fundament gesetzt, auf der ihr aufbauen könnt. Auf diesem Fundament könnt ihr all eure zusätzlichen Skills dann eventuell selbst erarbeiten. Aber es ist ganz gut, dass man zu Beginn beim Miniaturen bemalen so ein paar grundlegende Basics kennenlernt, von einem Profi gezeigt bekommt, die man sonst viele lange Jahre im Selbststudium sich erarbeiten könnte, auf denen man dann aufbauen kann. Wenn einmal die Grundlagen klar sind, dann kann man da sehr viel mehr machen. Deswegen der Einsteiger-Bemal-Workshop sowohl für Leute, die eben noch nie bemalt haben, als auch eben für Malerinnen und Maler, die sagen, okay, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber ich würde gerne wissen, ist es denn bisher so richtig, was ich gemacht habe? Was machen wir im Einsteiger-Bemal-Workshop? Da haben wir drei Punkte genannt auf unserer Webseite. Es geht um das Thema Materialkunde, das heißt, wir erklären euch den Unterschied zwischen Kunststoffmodellen, Zinnmodellen, Resinmodellen, welche verschiedene Arten von Klebern ihr dafür benötigt, welche verschiedene Arten von Werkzeugen ihr für die verschiedenen Materialien benötigt, was für ein Bastelmesser, was für ein Cutter. Es gibt verschiedene, ja, Nipper heißen sie, es gibt verschiedene Bastelzangen, die sowohl für Kunststoff als auch für Metall besser geeignet sind. Und verschiedene Arten von Klebern. Diese ganzen grundsätzlichen Sachen, was für einen Pinsel brauche ich denn? Synthetik, Rotmader, was gibt es denn dann noch alles? Welche Hersteller sind denn gut? Keine Ahnung. Das ist auch ein Punkt der Materialkunde. Welche Farben gibt es? Games Workshop, Valeo, was ist denn der Unterschied zwischen Model Color, was ist Game Color, Base, Layer, Shade, diese ganzen Farbennamen von Games Workshop, ich habe keine Ahnung, muss ich jetzt was grundieren? Grundiere ich lieber schwarz, grundiere ich lieber weiß? Das ist die ganze Materialkunde. Das heißt, da kriegt ihr die ganzen Basics mal so ein bisschen genannt. Und wir wenden das auch dann direkt an, weil im Einsteigerbemal-Workshop wird auch die Figur, die ihr dann später bemalt, die ihr auch behalten und mit nach Hause nehmen könnt am Ende, wird auch gemeinsam zusammengebaut. Das heißt, es sind relativ einfache Figuren, die wir uns da rausgesucht haben für den Einsteiger-Workshop. Das Gute ist allerdings, diese Figuren sind so gemacht, dass ihr alles so ein bisschen lernen könnt. Dazu später mehr. Aber ihr kriegt neben der Materialkunde die Grundlagen für den Zusammenbau einfach so ein bisschen mit. Okay, wie klebe ich denn jetzt mal eine Figur richtig zusammen? Wie viel Kleber benutze ich? Wie lange muss ich denn das halten? Wir haben da schon alles Mögliche erlebt, dass Leute versucht haben mit Uhu, mit Sekundenkleberkunststoff und so weiter, mit Basteleim, mit Green Stuff. Es gibt nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Und das versuchen wir alles in dem Einsteigerbemal-Workshop so auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Auch so Sachen wie, okay, ich habe eine Brettspielfigur. Viele verwenden ja auch Zombieside-Figuren oder sowas. Die sind ein bisschen verbogen. Was mache ich denn da, wenn die jetzt verbogen sind? Die haben da so einen komischen Gussgrad quer übers Gesicht. Wie kriege ich denn das jetzt weg? Was für Tipps habe ich da? Umgang mit dem Bastelmesser. Das sind so viele Kleinigkeiten, die da schon eine Rolle spielen, die man sich natürlich alle selbst erarbeiten kann. Aber hier kriegt er sie eben komprimiert in wirklich intensiver Form einmal von unseren Künstlern gezeigt. Und unsere Künstler sind diejenigen, die eben jeden Tag damit arbeiten. Das heißt, die sind vom Fach, die wissen genau, was sie tun. Und das ist so ein bisschen auch das Besondere, gleich vorab, was unsere Bemal-Workshops auszeichnet. Bei uns ist nicht die große Theorie gefragt, sondern wir gehen gleich in die Praxis. Wir wollen euch zeigen, wie Spaß das Ganze macht. Weil das ist ein Hobby. Es soll Spaß machen. Das soll keine Wissenschaft werden. Und ihr kriegt eben hier auch die Dinge mit, die wirklich in der Praxis funktionieren. Und das, was ihr hier bei uns in den Bemal-Workshops lernt, das ist das, was unsere Künstler auch tagtäglich auf der Arbeit hier im Studio anwenden. Das heißt, es sind keine umständlichen Wege, sondern es sind wirklich effiziente Techniken, die funktionieren und von denen ihr wisst, die haben sich bewährt. Neben der Materialkunde und den Grundlagen im Zusammenbau als auch im Bemalen, dazu gehören eben auch so Sachen wie, wie grundiere ich richtig, wie halte ich einen Pinsel richtig, wie führe ich Farben, wie viel Farbe nehme ich auf einen Pinsel, wie mische ich mit Wasser, was ist ein Medium, was ist ein Trägermittel, was ist ein Shade. Das sind so viele Themen und die Künstler gehen da auf alles ein. Das ist total großartig. Neben all diesen Basics kommt dann das eigentliche Miniaturenbemalen. Das ist ein Großteil der Zeit, der da in Anspruch genommen wird. Ihr werdet bei unserem Einsteiger-Bemal-Workshop nur eine Figur bemalen. Und die Erfahrung hat gezeigt, das reicht auch vollkommen. Und viele werden auch bis zum Ende des Kurses gar nicht mit der Figur fertig. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil es geht nicht darum, die Figur fertig zu kriegen, sondern es geht darum, wirklich die Basics, die Grundlagen zu lernen und dann zu Hause selber anwenden zu können. Im Einsteiger-Kurs bieten wir das sogenannte Bemalen im Vier-Schritte-System an. Das ist im Endeffekt Grundfarben, Tuschen, Akzente, Highlights. Das sind diese vier Schritte. Und letztendlich, wenn man diese vier Schritte einmal verstanden hat, dann kann man eigentlich fast alle Miniaturen schon adäquat bemalen. Die weiterführenden Techniken kommen dann im fortgeschrittenen Workshop. Aber grundsätzlich Grundfarbe, Tusche, Akzente, Highlights. Das ist es. Akzente, gut, kann man auch nochmal so ein bisschen mit Wiederaufhellen nach dem Tuschen, Grundfarbeherstellen und so weiter ersetzen. Aber mit den vier Werkzeugen, wenn ihr die bei uns gelernt habt, dann seid ihr eigentlich für 70, 80 Prozent aller Bemalprojekte perfekt ausgestattet. Mehr müsst ihr eigentlich nicht lernen. Und das lernt ihr halt bei uns im Einsteiger-Workshop einen ganzen langen Tag. Und ihr könnt Fragen stellen. Die Künstler gehen mit euch Schritt für Schritt die Sachen durch. Wir stellen uns da auf euer Tempo ein. Es ist nicht so, dass jemand abgehängt wird, der dann irgendwie gar nicht mehr mitkommt, sondern wir gucken da wirklich, dass jeder individuell da irgendwo abgeholt wird. Deswegen haben wir auch mehrere Künstler, die dann sich um die einzelnen Teilnehmer kümmern, dass wenn einer nochmal ein Problem hat, dann kann er sich nochmal direkt an den jeweiligen Künstler wenden. Und ja, so kriegt man eigentlich alle immer ganz, ganz gut durch den Tag. Und es ist auch immer eine sehr schöne gemeinschaftliche Sache. Es ist kein Unterricht, wie man es sich in der Schule oder Volkshochschule vorstellt, sondern es ist wirklich ein gemeinsames Erarbeiten. Wir haben oft dann bei den Bemalworkshops auch Künstler, die dann sich im Laufe des Tages so ein bisschen zurücknehmen, weil dann die Teilnehmer untereinander anfangen, sich Tipps zu geben und zu helfen. Und das ist auch das Besondere. Das macht auch das Miniaturenbemalen aus. Das ist eine gemeinschaftliche Sache. Das ist ein Miteinander. Man unterhält sich über alle möglichen Themen. Man tauscht so seine eigenen Erfahrungen aus. Man sagt, hey, ich mache das so und so, probiere es doch auch mal. Und plötzlich klappt es einfach. Viele, die bei unseren Bemalworkshops das erste Mal dabei sind, wundern sich immer sehr, wie ruhig es bei den Bemalworkshops ist. Weil die Leute sind alle konzentriert und malen ihre Figuren an. Die Künstler erzählen euch natürlich immer in einzelnen Etappen, was der nächste Schritt ist und worauf geachtet werden muss. Aber es ist oft so, dass, wenn mal so ein richtiger Flow ist, wenn mal so wirklich was entstanden ist, dass dann alle sehr fokussiert sich auf seine Sachen konzentrieren. Und das schätzen unsere Teilnehmer auch sehr. Diese Ruhe beim Bemalen, sich einfach auf dieses Projekt mal einlassen und da die Tür zu einem komplett neuen Hobby aufzustoßen. Das ist eine ganz großartige Sache. Das erst mal vorab zum Thema Einsteiger-Bemalworkshops. Weitere Infos auf der Webseite und in der PDF-Datei. Da kriegt ihr auch noch so ein bisschen was mit, was ihr überhaupt mitbringen müsst. Die Anfahrt und noch so ein paar andere Sachen. Im Prinzip, viel müsst ihr gar nicht mitbringen. Eigener Pinsel und all die Materialien, die ihr eben regelmäßig gerne zu Hause benutzt. Weil das ist ja das Zeug, mit dem ihr dann auch nach dem Workshop weiterarbeitet. Farben, Base-Gestaltung, Grundierung, die Miniatur, das stellen wir alles während der Bemalworkshops zur Verfügung. Wir haben auch noch ein bisschen Verpflegung, Getränke, Kaffee, das ist all inklusive. Aber die eigentlichen Werkzeuge, wenn ihr die zu Hause habt, bringt die mit, allein aus hygienischen Gründen, die Pinsel, ganz klar. Und wenn ihr da im Vorfeld irgendwie unsicher seid, habt ihr das Richtige, müsst ihr noch was bestellen, keine Sorge, ihr kriegt vor dem Workshop noch mal eine Info-E-Mail, wo auch noch mal drinsteht, was ihr eventuell an Materialien, Nasspalette, Pinsel und so weiter bestellen müsst. Beziehungsweise einfach mal abgleicht, ob ihr das nicht eh schon habt. Und dann werdet ihr da auch ganz gut, ja, eigentlich abgeholt von uns. Im Zweifel ansonsten kurz nachfragen. Ist überhaupt kein Problem. So, ich arbeite mich hier durch meine Blätter, aber keine Sorge, es ist nicht so viel. Okay, Kursinhalt für die fortgeschrittenen Bömer-Workshops. Die, ach ja, genau, kurz noch was zu dem Einsteiger-Ding. Wie gesagt, ihr könnt den auch mehrmals machen. Darauf sind alle unsere Workshops ohnehin ausgelegt, dass ihr die durchaus mehrfach besuchen könnt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt den Einsteiger gemacht, als nächstes mache ich den fortgeschrittenen Workshop. Könnt ihr machen, wenn ihr in der Zwischenzeit auch zu Hause weitermalt und das Gelernte anwendet, dann habt ihr da mit Sicherheit Möglichkeiten. Aber wenn ihr merkt, oh, ich würde den Einsteiger gerne nochmal machen, weil ich einfach nochmal so ein bisschen die Basics nochmal antrainieren möchte, ist überhaupt kein Problem. Darauf ist das Ganze ja auch ausgelegt. Kursinhalt für die Fortgeschrittenen. Jetzt kommen wir da. Das sind drei Punkte, die ich kurz erwähnen möchte. Theorie und Praxis in der gesamten Licht- und Farbenlehre. Das heißt, wie funktioniert überhaupt Licht? Wie malt man Licht? Stichwort zenitale Beleuchtung. Konzeption eines eigenen Farbschemas. Da geht es dann auch sehr stark in Richtung Farbkreislehre. Welche Farben passen zusammen? Was kann man miteinander kombinieren? Und so weiter. Und dann habe ich einen Begriff, da sind vieles drunter zusammengefasst, fortgeschrittene Maltechniken. Unter fortgeschrittene Maltechniken fallen Punkte, wie Arbeiten mit verschiedenen Layers und Glaces, richtig schöne Farbverläufe hinkriegen, Lichtverläufe hinkriegen. All diese Punkte gibt es allerdings auch schon als Video auf unserem YouTube-Kanal, beziehungsweise in Tutorial-Form auf unserer Patreon-Seite für die Patrons, heißt es ja, die hinter der Paywall noch zusätzliche Bemalworkshop-Videos kriegen. Da könnt ihr auch schon mal in diese Bereiche reingucken. Bei den fortgeschrittenen Bemaltechniken, da geht es dann auch um Bereiche wie zum Beispiel, wie male ich denn im Gesicht gescheit? Von wo kommt das Licht? Wie passt das alles miteinander zusammen? Das ist schon etwas, wo wir die einzelnen Kursteilnehmer noch individueller, noch persönlicher abholen, weil einfach im fortgeschrittenen Bereich, im Einsteigerbereich, okay, jetzt haben alle ungefähr den gleichen Level. Was bei dem fortgeschrittenen Kurs das Spannende ist, jeder ist irgendwo auf einem anderen Niveau, jeder hat einen anderen Schwerpunkt, jeder will vielleicht was anderes. Der eine möchte schon sehr schöne Farbverläufe hinkriegen, der andere interessiert sich sehr für Lichteffekte, der nächste möchte gerne Gesichter malen und so weiter und so fort. Bei dem fortgeschrittenen Kurs, ja, packen wir all diese verschiedenen Stufen, Evolutionsstufen zusammen und es wird gemeinsam auch wieder an einem Modell gearbeitet und da können dann die jeweiligen Teilnehmer so ihre eigenen Schwerpunkte noch mal ein bisschen ausloten, was sie denn noch mal intensiver behandeln wollen beziehungsweise, wo sind noch Schwächen, wo sind noch Defizite, was kann ich denn da aufholen? Beim fortgeschrittenen Workshop ist es noch viel, viel wichtiger, dass ihr Fragen stellt, dass ihr wirklich an die Künstler rangeht und sagt, hey, das würde ich gerne noch vertiefen, darauf würde ich gerne noch achten. Der fortgeschrittenen Workshop wird meistens in etwas kleineren Gruppen abgehalten. Wir haben da oft zehn, manchmal sind es auch weniger als zehn Leute, aber es ist auch wieder eine sehr, sehr intensive Erfahrung und vor allem hat der fortgeschrittene Workshop noch mal zusätzlich den Vorteil, dass sich hier Maler, die schon eine gewisse Erfahrung haben, Maler, Malerinnen, da auch noch mal gegenseitig austauschen können und sie gegenseitig Tipps geben können. Das ist so eine ganz großartige, kreative Atmosphäre bei dem fortgeschrittenen Workshop, weil hier halt auch schon viel eigenes Know-how mit reinkommt. Man kann auch mal gucken, hey, ich habe das bisher so gelernt, passt das oder kann ich das anders oder besser machen? Wir haben gerade bei den fortgeschrittenen Workshops sehr oft Maler, die denken, sie sind sehr gut, sie sind sehr effizient, sehr effektiv und sie haben auch schöne Modelle. Dadurch, dass wir oft uns die Bilder von den Teilnehmern zeigen lassen, sieht man ja schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Es ist aber in den fortgeschrittenen Kursen immer wieder spannend, wenn unsere Künstler den Teilnehmern dann zeigen, ja, okay, du kannst das aber auch so und so machen. Das ist viel einfacher, viel effizienter, geht viel schneller. Und viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die dann sagen, oh, so einfach geht das so schnell, ich habe mir da immer eine Stunde oder zwei Stunden, habe ich da immer über acht Ecken irgendwie das gemalt, um zum Ergebnis zu kommen. Nee, auch hier wieder. Unsere alltägliche Praxis hier im Studio hilft euch bei den Workshops, eure eigenen Bemalfähigkeiten, ja, effizienter zu gestalten, zu verbessern. Das ist eine Sache, die gerne mal unterschätzt wird, weil gerade bei Armeeprojekten, wenn man ja ein guter Maler ist und eine ganze Armee bemalen möchte, da geht gerne einmal die Puste aus. Wenn man denkt, okay, ich kann das sehr gut, aber jetzt muss ich 20 Energieklingen malen, puh, das ist auch mir als ambitionierte Maler ein bisschen zu viel, lernt ihr hier im Studio eine Methode, wie es vielleicht ein bisschen effizienter geht, wie es ein bisschen schneller geht, wie ihr trotzdem ein super gutes Ergebnis hinkriegt, aber gleichzeitig halt auch, ja, so das große ganze Armeeprojekt nicht aus dem Auge verliert. Das ist der fortgeschrittene Bemal-Workshop und ich kann wirklich sagen, ja, absolut großartig. Egal, ob man jetzt schon wirklich fortgeschrittener ist oder eben von ein oder mehreren Einsteiger-Workshops kommt oder viel zu Hause gemacht hat, man kann wahnsinnig viel mitnehmen, weil man einfach nochmal eine komplett neue Denkweise auch bekommt, wie man an das ein oder andere Miniaturenprojekt herangehen kann. So, kommen wir nochmal kurz zu den Intensivkursen. Das sind themenspezifische Kurse, in denen ganz intensiv ein einzelnes Thema behandelt wird. Das ist sowohl für Fortgeschrittene als auch, ja, ja, schon für Erfahrene, sagen wir mal, für Fortgeschrittene als auch sehr erfahrene Maler, sagen wir es mal so, genau. In den Intensivkursen und da findet ihr die einzelnen Themen auch wieder auf unserer Webseite www.phantasus-studio.de behandeln wir zum Beispiel einen kompletten langen Tag nichts anderes wie Hautmalen, verschiedene Arten von Hautmalen, Gesichtermalen, Non-Metallic Metal, ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was immer sehr, sehr viele interessiert, Metallmalen ohne Metallfarben zu verwenden. Lichteffekte malen, sogenanntes OSL, also Licht, das von einer Quelle ausgeht und dann, wie strahlt das Licht überall nieder, ohne Airbrush das Ganze zum Beispiel. Layers und Glazes, gute Farbverläufe zu malen, auch hier wieder Hinweis auf unseren YouTube-Kanal, auf unser Patreon, da gibt es auch Videos, die wir anbieten, sowohl im öffentlichen, kostenlosen Bereich als auch bei Patreon, direkt für alle. Die themenspezifischen Kurse, die gehen richtig intensiv in eine Sache rein und das braucht ihr auch wirklich. Viele sagen dann, okay, Non-Metallic Metal, ja, kann man da wirklich mal 6 oder 8 Stunden lang sich beschäftigen? Ja, kann man und ihr werdet am Ende nicht eine ganze Figur bemalt haben, sondern vielleicht ein Teil der Rüstung oder ein Schwert, weil wirklich derjenige Künstler, der das euch beibringt, sehr intensiv auch da reingeht, welche Materialien werdet ihr verwenden, welche Farben. Wichtig ist bei den Bemalworkshops einfach immer, ihr müsst nicht fertig werden, sondern ihr müsst die Sachen aufnehmen. Macht es lieber langsam richtig und lernt es. Schaut über euren Tellerrand hinaus, nehmt es an, was wir euch da vorschlagen in den Workshops und versucht nicht, das haben wir nämlich auch schon oft erlebt, dass jemand schon einfach versucht hat, okay, er macht das jetzt auf seine Technik, dann muss er auch nicht in einen unserer Bemalworkshops gehen. Wenn er ohnehin hier sitzt und sagt, ja, aber ich mache das immer so, ja, aber das ist okay, dass du das immer so machst, aber jetzt bist du doch bei uns in einem Workshop, du hast doch dafür bezahlt, dass wir dir Dinge beibringen. Lass dich doch darauf ein, schau über den Tellerrand und versuch es mal auf eine andere Art und Weise. Wer weiß, wie sehr das dich bereichert in deinen eigenen persönlichen Hobbyskills oder du merkst, nee, es bestätigt dich in dem, was du bisher gemacht hast. Die andere Technik ist nicht so deins. Du bist für dich selbst auf dem richtigen Weg, was dein Miniaturenprojekt angeht, Armeeprojekt, was auch immer. Dann ist das ja auch schon wieder ein Gewinn. Deswegen nehmt die Dinge an. Wirklich sehr empfehlenswert. Ja, und da habt ihr eben die Möglichkeit. Einsteiger, Fortgeschrittene oder Intensiv. Und ja, dann eben noch die ganzen Video-Tutorials auf unserer Webseite beziehungsweise dem Patreon-Bereich. So, kommen wir noch mal ganz, ganz kurz zu den Einzel- beziehungsweise Duo-Workshops. Einzel heißt ein Teilnehmer, ein Künstler, der euch den ganzen oder einen halben Tag lang betreut. Wir machen das wirklich nur, wir machen das nicht nach Stunden, sondern wirklich entweder kommt ihr einen halben oder einen ganzen Tag, weil alles andere macht keinen Sinn bei einer Einzelbetreuung. Und ihr habt wirklich einen Künstler, der sich komplett nur um euch alleine kümmert. Das heißt, ihr könnt da Fragen stellen, ihr kriegt direkte Sachen. Das ist also die intensivste Betreuung, die man bei einem Bemalprojekt überhaupt kriegen kann. Duo-Kurs, weil wir auch sehr häufig die Sache haben wie, ja, es kommen Paare, es kommen zwei Kumpels oder sowas, die gemeinsam was beibringen, was lernen möchten. Dann machen wir den Duo-Kurs. Das ist auch okay. Ein Künstler kann auch zwei Teilnehmer ganz gut betreuen, sofern die auf einem ähnlichen Level sind. Oft haben wir diese Kombination von, es ist ein fortgeschrittener Maler, Malerin und jemand dabei, der oder die noch gar nicht gemalt hat. Kriegen wir auch hin, ist jetzt auch nicht das Problem. Aber das allerbeste Ergebnis ist natürlich so, wenn beide Teilnehmer, Teilnehmerinnen so ein bisschen auf einem ähnlichen Niveau sind, dann kann der Künstler auch beide so ungefähr auf gleicher Höhe abholen und Dinge beibringen. Bei den Einzel- und den Duo-Kursen, halber Tag, ganzer Tag, sprechen wir vorher mit euch. Das heißt, es gibt vorher ein Telefongespräch oder ein E-Mail-Austausch. Was möchtet ihr denn lernen? Bei den Einzelkursen ist es nicht so, dass wir einfach so ein Programm abspulen und sagen, das ist der Einzelkurs und fertig, sondern wir reden mit euch. Was möchtet ihr machen? Was habt ihr bisher gemacht? Wie sehen eure bisherigen Modelle aus? Bei welchen Dingen braucht ihr Hilfe? Welche Einzelfragen habt ihr? Das ist die große, große Stärke von den Einzelkursen. Ihr könnt wirklich auf euer individuellen Wünsche, ja, gehen wir ein. Wenn jemand sagt, ich würde gerne endlich mal Airbrush kennenlernen, ja, kein Problem. Dann machen wir einen Airbrush-Grundkurs. Wenn jemand sagt, nee, ich habe ganz gezielte Fragen zum Thema Airbrush. Wie kann ich Lichteffekte mit der Airbrush machen? Wie kann ich Metallfarben mit der Airbrush machen? Wie kann ich Base-Gestaltung machen? Okay, kümmern wir uns nur darum. Wenn jemand sagt, hier, ich habe ein fertiges Armeeprojekt schon, aber da sind noch so 4, 5, 6 Modelle, mit denen komme ich nicht so ganz klar. Kann ich die mal mitbringen? Kann ich die gemeinsam mit euch mal bearbeiten? Ja, perfekt. Dafür ist der Einzelworkshop da. Das ist wirklich die intensivste Betreuung, die wir haben. Und auch da ist es so, die kann man mehrmals machen. Ihr könnt immer wieder kommen, ihr könnt immer wieder einen Einzelworkshop bei uns buchen und könnt quasi, ja, Privatunterricht nehmen bei uns und euer Malprojekt ja auf das nächste Level quasi anheben. Das Ganze dann auch in einer sehr schönen, privaten Atmosphäre, das findet dann hier in der Arena statt, das findet eventuell auch am Wochenende drüben im Studio statt, so dass wirklich da auch keine störenden Einflüsse von außen sind. Also Bemalworkshop, Einzelkurs, Duokurs, das ist wirklich eine schöne, sehr intensive Erfahrung und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bisher immer sehr, sehr begeistert von der ganzen Sache. Das sind die Kurse, die wir haben. Einsteiger, Fortgeschritten, Intensiv, Einzel- bzw. Duo. Diese 4 Sachen. Ich habe euch schon sehr, sehr viel erzählt und allzu lange möchte ich das Video schon gar nicht mehr machen. Kosten und Anmeldung findet ihr auf unserer Webseite. Es macht wenig Sinn, dass ich Preise jetzt in diesem Video nenne, weil das Video wird vielleicht noch in 3, 4 Jahren angesehen und dann haben sich die Preise schon längst geändert. Auf der Webseite www.phantasus-studio.de findet ihr all diese Infos bzw. ihr könnt euch grundsätzlich formlos per E-Mail über das Kontaktformular oder einen Telefonanruf anmelden, aber ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen und euch da einfach einen Bemalworkshop-Gutschein bestellen. Und über unseren Shop www.phantasus-shop.de Und wenn ihr den Gutschein habt, könnt ihr dann einfach sagen, okay, ich würde gerne an dem und dem Termin dabei sein. Dann tragen wir euch ein und ihr seid dabei. Perfekt. So, viel, viel Papier. Ich habe euch eigentlich alles schon gesagt, was die Termine, Kursinhalte, Anreise, Anfahrt, Parken. Das sind alles Dinge, die ihr auch auf der Webseite nachlesen könnt bzw. erhaltet ihr kurz, zwei Wochen vor dem Workshop, dann auch nochmal als Info. Und ja, was ihr mitbringen könnt, habe ich ja auch schon gesagt. Nasspalette ist ganz, ganz wichtig. Eigene Pinsel sind ganz, ganz wichtig. Ob es die richtigen Pinsel sind, könnt ihr nachfragen. Wir geben in der PDF-Datei auf unserer Webseite ein paar Empfehlungen. Könnt ihr mal nachschauen. Und ja, ansonsten Farben, ein bisschen Verpflegung, Grundierung, Base-Gestaltung, Figur, das ist alles hier. Da kümmern wir uns drum. Da müsst ihr eigentlich nichts weiter mitbringen. Okay, ich glaube, wir haben es. Das sind alle Informationen, die ich euch zum Thema Bemalworkshops mit auf den Weg geben kann. Auf der Webseite, im Shop, in der PDF findet ihr diese ganzen Infos auch nochmal. Mir war es nur wichtig, das alles nochmal für euch in der Form zu haben, dass ihr es euch in Ruhe anhören könnt, ansehen könnt. Und ja, dass ihr einfach wisst, was kommt auf euch zu, was ist los, wenn ihr hier bei den Bemalworkshops dabei sein möchtet. Es ist immer ein toller, spannender Tag. Es ist immer ganz toll, wie viele verschiedene Teilnehmer da zusammenkommen. Wir haben da alles Mögliche, alle möglichen Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten, die da irgendwie zusammenkommen. Tabletop-Experten, ja, wir haben Turnierspieler dabei, einfach nur Sammler, Brettspieler, Rollenspieler, die einfach nur ihren Rollenspielcharakter haben wollen. Und da kommen immer ganz spannende, großartige Mischungen zustande. Das ist immer wirklich ein toller, kreativer Tag, ein toller, kreativer Austausch. Die Leute sind hier immer super, super happy, wenn sie am Ende des Tages mit ihrer eigenen fertig bemalten Figur rausgehen oder fast fertig bemalten Figuren rausgehen. Die können sie dann zu Hause zum Beispiel fertig zu Ende malen. Haben wir auch schon bekommen, dass dann ein Teilnehmer, Teilnehmerin uns nachträglich Fotos geschickt hat und gesagt hat, hier, ich habe die Figur jetzt zu Hause fertig gemalt, was haltet ihr davon? Dann können wir auch nochmal ein bisschen Feedback geben per E-Mail oder Telefon. Das ist auch kein Problem. Und ja, das ist einfach ein schönes, erfüllendes Hobby, was einfach Spaß macht, was einen so ein bisschen, ja, den Alltag vergessen lässt, einen so ein bisschen rausholt, ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen, auf eine Sache zu fokussieren, auf eine Sache mal länger einzulassen. Und wenn jemand denkt, naja, hier, eine Figur bemalen, gerade beim Einsteiger-Werkshow haben wir das ziemlich oft, reicht das denn? Viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Ende, ja, kann man schon fast sagen, richtig durch. Die haben so viel Input von uns bekommen, dass sie dann sagen, boah, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, ich bin jetzt fertig, ich bin total glücklich, so viel Hobbykram auf einem Haufen. Und wir haben hier im Studio eine ganz tolle Hobby-Atmosphäre, weil hier wird ja jeden Tag an Modellen und Miniaturen gearbeitet. Die Leute sind wirklich, wirklich bis oben hin randvoll mit wahnsinnig guten und tollen Tipps und Informationen. So, das ist es für dieses, ist ja jetzt doch mal wieder länger, länger gewordene Infovideo rund um unsere Bemalworkshops. Aber es war mir einfach wichtig, das euch alles nochmal zu erzählen, weil, ja, es wird regelmäßig danach gefragt und dann ist so ein Infovideo mit Sicherheit auch ganz nützlich. Okay, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich mal. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.